So. Jetzt fährt also eine Aufprachberichtssituation ein. 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 Nachdem der Luftraum dieses Engagement zu Ende ist, die Jagdflugzeuge, die Fighter, den Luftraum verlassen, kann das Luftboden-Package in den Übungsraum fliegen. Das heißt, wie gesagt, gleich als allererstes Point Addiction. Zwei Euro Fighter. Zwei Euro Kinder. Zwei Euro Millionen Litauen. Die Luftraum verlassen. Zwei Euroi. Sie laufen nach Theaternacht an. Sie haben die Luftraumverlust des Finans. Sie haben die Luftraumverlustiere. Zwei Euroi. Dann sollten wir in der Luftraumverlustirale kommen. Was wir hier schon gesehen haben, die Barrieren, der vorliegenden Betriebe, der vorne links kommt, die links nach vorne und der rechte eine der links ganz nach hinten, links 67 und zu 67 Grad. Diese Barrieren, der vorliegenden Betriebe ist in der Hand. Wir fahren jetzt in zwei Tornaden, die im Prinzip unter einer Flugzeuge noch Probeinstellung aufklären können und im Zweifelsfall noch bekämpfen können. Und diese Tornados, die in der Bodenordnung besitzen, den sogenannten Kaspi, das heißt, nichts anderes aus der See, kommt noch tief über den Einsatz zu machen. Auf der anderen Seite, die vorliegenden Betriebe, der J-Tags, der J-Tags ist in der Nähe, der jetzt zusammen mit einem Probeinstellung, der dort mit einem Flugschrauber besitzt. In dem großen Flugschrauber sind jetzt die Truppen, die abgesetzt werden während der kleinen Flugschrauber Käppel zum Schlafschutz nahm worden, um das absetzende Truppen zu sichern aus der Luft. Für mich eine der Erfolgsgeschichten. Die K-145 basiert auf einer sehr erbauten Zellung. Die Situation ist, wo man kommt, dass wir dazwischen fast über drei Zeit haben, der zehn Jahre gefahren sind. Und spezialisiert für das Militär. Und für mich, die da ein bisschen schnell ist, ich darf so in der Wahrstellung es kommen, auch in der Wahrstellung es kommen, und jetzt ist es auch ein Kielgeschichten. So, für nichts kommt jetzt die 2.53. ? ? ? ? Das heißt, dass der Bereich der Umschraube sichert und dann die Zenitisten hier rechts, haben wir uns gesagt haben, als eine Evaluierungsszenarien für den Schutz genommen. Wir haben es ja nicht mehr probiert. Mit CH-43 vor uns auf, kann das ja arbeitslosig gerne vorgehen. Das CH-64. Zur Zeit wird immer noch der Nachfolger diskutiert. Entweder wird es der Nachfolger des CH-53. Die Kühlung. Wir haben jetzt die Lager sich anschauen, sind in ständigen Kontakten mit unseren Jagdfahrzeugen, unseren Fightern, unseren beiden Eurofightern und unseren beiden Tornados. Die sich in diesen Wheels, diesen Rädern, diesen Kass-Wheels befinden unter dem Szenario. Und jederzeit für unsere J-Tags. Vorher wir uns nur noch alleingelufen waren. Mit Wachen. Mit der GBU, die Bomben oder mit der Bordkrieg, ohne die Ziele am Boden zu bekämpfen. Und auch im Sohnfall, das wir mit euch sehen, würde man bei Obtauchen von Feind, von Gegnern, von Bedrohung, die Chats reinrufen, die dann oftmals zuerst kommen. Erstmal einen sogenannten Show of France machen. Das heißt, ein Überflug über das Szenario. Das reicht offenbar als schon, um feindliche Truppen davon abzuhalten, Wachen einzusetzen oder sich den Feindkontakten weiterzuhalten. Und dann zeigt sich, da ist es auch ein bisschen Interesse. Und ohne Waffeneinsatz. Wie ist derande? Wie ist derande? Du bist hier in der Waffe? Du bist hier in der Waffe? Das war's. 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 Das war's.